Cringe Roy Leute und ich habe alle Aufgaben der Woche 4 abgeschlossen, das heißt wir können wieder den geheimen Battle Pass Stern der Woche 4 suchen gehen, hier haben wir ein Pool Party Bild. Wir sind über eine Pool Party gestolpert und dachten uns, wir mischen mal mit, ob wir nun eingeladen sind oder nicht, ist nicht wichtig. Hier kann man einige Leute sehen, richtig am feiern, die Wasserrutsche ist in Benutzung, der hier stemmt ein Jug-Jug und die Farbbomberin macht hier gerade eine Arschbombe ins Wasser. Ich suche schon mal die Runde und gleich im Ladescreen sehen wir das nochmal in groß. Und hier ganz hinten in der Mitte bei diesem Dromedar, welches am Trinken ist, ist dieser Battle Pass Stern. Ich denke nicht, dass er bei Lazy Links am Pool ist, das wäre zu einfach, ich denke er ist auf jeden Fall in der Wüste. Lasst mir doch gerne auch ein kostenloses Abo da, so verpasst ihr keinen geheimen Battle Pass Stern mehr und seid auch immer bei den Herausforderungen jede Woche auf dem neuesten Stand. Gucken wir mal eben hier, da müsste es eigentlich relativ sicher sein irgendwo. Ach guck mal, hier oben, auf dem Dromedar drauf, bauen wir mal hier ein bisschen was ab. Es gibt ja gar kein Metall. Es gibt ja Null Metall hier. Okay, dann müssen wir uns hier die Palme auf jeden Fall holen. Aber genau über diesem Dromedar befindet sich der geheime Battle Pass Stern, Leute, da habt ihr ihn für die Woche 4. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und weiterhelfen können. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Crenz Royale. Werft mir den mal noch ein bisschen hier mit dem Basketball ab? Jetzt kommt er auch noch mit der Shotgun. Ne, das gibt's ja gar nicht. Das mache ich in alle. Haha.